Jasmin Tawil möchte nach mehreren schweren Jahren nicht länger in der Öffentlichkeit stehen und hat ihren Rückzug verkündet. Jasmin Tawil verkündet Karriere aus. Jasmin Tawil, 41, hat in den vergangenen Jahren für viele traurige Schlagzeilen gesorgt. Nach der Scheidung von Adel Tawil, 45, vor rund zehn Jahren fiel sie in ein tiefes Loch. Landete auf der Straße und hatte Selbstmordgedanken. Für mehrere Monate war die ehemalige GZSZ-Darstellerin sogar verschollen. Umso schöner dann ihr Comeback im Sommer 2019. Jasmin ging es nicht nur sichtlich besser, sie ist auch still und heimlich Mutter geworden. Söhnchen Ocean hat ihr zu neuem Mut verholfen. Doch auch nach ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit musste sie schlimme Rückschläge durchleben. So wurde sie im vergangenen Jahr in Costa Rica verhaftet und anschließend in eine Psychiatrie gebracht. Trotzdem hatte die einstige Schauspielerin gehofft, wieder ins Fernsehen und auf die Bühne zurückzukehren. Jasmin Tawil hat jetzt andere Pläne. Nach ihrer Teilnahme an der achten Staffel von Promi Big Brother im Jahr 2020, wo sie den 15. Platz belegt hat, wurde es jedoch wieder ruhig um sie. Interviews für TV-Shows liegen auch schon einige Zeit zurück. Nun hat Jasmin Tawil sämtliche Zukunftspläne über Bord geworfen und auf Instagram erklärt. Ich ziehe mich aus gesundheitlichen und religiösen Gründen aus der Musik- und Filmwelt zurück. Die 41-Jährige verrät auch, was sie stattdessen in Zukunft machen möchte. Ich konzentriere mich ausschließlich auf das Malen und die Heiligen Schriften. Im Gegensatz zu früher teilt Jasmin schon seit längerem keine Bilder mehr von sich. Und sohn Ocean auf der Plattform. Alle Fotos, die sie in den vergangenen Jahren gepostet hat, sind mittlerweile gelöscht. Dennoch kommt das Karriereaus überraschend. Doch ob Jasmin Tawil wirklich komplett aus der Öffentlichkeit verschwindet, bleibt abzuwarten. Denn vor einiger Zeit erklärte sie noch. Ich habe mich entschieden, mich bis mindestens Sommer aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Ich möchte mich auf meine Mutterrolle konzentrieren.